Hallo und einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zum Wetter hier bei wetter.net. Ja, der Polarexpress ist anscheinend nun endgültig gegen die Wand gefahren. Die Westwetterlage hat sich wieder durchgesetzt. Schon gestern Abend gab es die ersten Wind- und Sturmböen im Westen und damit kamen auch die sehr milden Luftmassen erneut bei uns in Deutschland an. Das heißt in dieser Woche massives Tauwetter, zeitweise Regen und damit eben auch wieder Hochwassergefahr. Aber wir erwarten kein großes Hochwasser. Aber hier und da ist durchaus ein leichtes bis mäßiges Hochwasser drin. Und wir schauen auch mal, wie geht es denn weiter im Februar. Am Freitag, Samstag sah es ja so aus, als könnte es vielleicht zum Monatswechsel noch mal etwas kühler werden. Was ist daraus geworden? Auch das schauen wir uns hier in diesem Wettervideo an. Aber zunächst mal der Blick auf die Höchsttemperaturen, die seit heute Morgen, seit Mitternacht gemessen worden sind. Und wir sehen, heute Morgen ist es richtig mild geworden. Müllheim 10,9 Grad, in Kleve 9,6 Grad, Münster-Ostnerbrück 9,3 Grad, Köln 9,1 Grad. Das heißt, überall im Westen ist Tauwetter angesagt. Massives Tauwetter. Wie schaut es bei euch aus? Hinterlasst doch gerne mal einen Kommentar hier unter unserem Wettervideo. Ja und die Spitzenböen heute Morgen, die können sich auch sehen lassen. Auf dem Brocken im Harz heute Morgen eine Böe mit knapp 168 Kilometern pro Stunde. Die Westwetterlage braust wieder voll rein. Der Leuchtturm in Kiel knapp unter 100 Kilometer pro Stunde. Aachen 96,8 Kilometer pro Stunde. Das Weinbiet im Pfälzer Wald knapp 91 Kilometer pro Stunde. Der Wind ist also auch wieder voll da. Und der Wind, der wirkt wie so ein Warmluftgebläse. Und jetzt haut der Schnee rasch überall ab. Bis morgen dürfte der Schnee weitgehend in meisten Regionen verschwunden sein. Die Höchsttemperaturen heute so um die 7 bis 10 Grad. Stellenweise auch im Westen bis zu knapp 11 Grad. Also ein sehr milder Start in diese neue Wetterwoche hinein. Dazu viele Wolken, zeitweise Regen oder Regenschauer. Also heute lässt sich die Sonne eher selten blicken. Dafür eben dichte Wolken und immer wieder Feldregen. Und das hier ist eine Neuigkeit. Die Ensemble-Prognose bis zum 7. Februar zeigt keinen Temperaturrückgang mehr zum Monatswechsel. Es würde demnach ziemlich mild weitergehen. Im Bereich um 5 bis 8 Grad bis zum 7. Februar. Und es sind kaum noch Ensemble-Mitglieder dabei, die irgendwie hier runtergehen in den frostigen Bereich. Dafür aber immer wieder Regen, Regen, Regen. Also sehr wechselhaft zeitweise immer wieder kommt diese Westwetterlage durch. Wir schauen von Köln mal weiter nach Frankfurt am Main. Auch hier die gleiche Wetterentwicklung. Kaum noch Berechnungen hier im Frostbereich. Auch hier gilt zunächst sehr mild. In dieser Woche 13 Grad, 14 Grad sind da möglich. Dann etwas kühler. Aber mit 5 bis 7, 8 Grad bleibt es dann doch deutlich zu mild für die aktuelle Jahreszeit. Und dazu ist da auch immer wieder Regen mit dabei. Ein Blick auf die Großwetterlagenkarte von heute. Die Westwetterlage schickte uns heute viel Wind, zum Teil auch kräftige Regengüsse. Und dieses wechselhafte Wetter sehen wir auch hier auf der Wetterkarte. Es dominieren heute die Wolken. Immer wieder fällt Regen. Vor allem hier im Norden und im Nordwesten ist viel Wind mit im Spiel. Aber auch später hier im Westen. Und die Temperaturen erreichen sehr milde 7 bis plus 11 Grad. Auch die kommende Nacht bleibt dann weitgehend frostfrei. Viele Wolken, weitere Regenschauer, sehr windig. Und Temperaturen um die 6 bis 3 Grad. Und wir blicken auf den morgigen Dienstag. Der ist dann ein bisschen ruhiger. Weniger Wind, weniger Regen. Es bleibt aber mild mit Temperaturen so um die 5 bis maximal 9 Grad. Mittendrin kann sich hier und da auch mal die Sonne zeigen lassen. Ja und dann kommt der wärmste Tag in der aktuellen Woche. Das dürfte wohl der Mittwoch werden. Temperaturen um die 10 bis 15 Grad. Im süddeutschen Raum sogar knapp 16 Grad. Viele Wolken, immer wieder kräftiger Regen. Und besonders am frühen Mittwochmorgen Sturmgefahr. Schwere Sturmböen auch in tiefe Lagen nach Norden hin. Und in der Landesmitte, in den Hochlagen, sind zum Teil wieder Orkanböen möglich. Also ein sehr ruppiger Mittwoch. Und wir schauen weiter auf den Donnerstag. Etwas ruhiger, aber weiterhin mild. 6 bis 10 Grad, bis zu 13 Grad sind am Oberrhein noch mal drin. Hier fällt zeitweise auch etwas Regen. Und der Freitag keine große Änderung der Wetterlage. Die Westwetterlage bleibt uns erhalten. Ein strammer Wind aus westlichen Richtungen ist da angesagt. Viele Wolken, zeitweise Regen und Temperaturen so um die 10 bis 11 Grad. Weiterhin recht mild für die aktuelle Jahreszeit. Kurz der Trend zum nächsten Wochenende. Da tut sich relativ wenig. Am Samstag ein bisschen trockener bei 3 bis 8 Grad. Der Sonntag 4 bis 9 Grad. Neuer Regen aus Westen. Und Montag in einer Woche, da haben wir Chancen auf zeitweise etwas Sonnenschein. Aber weiterhin bei sehr milden 4 bis knapp 10 Grad. Ein Blick auf den aktuellen Winter bisher. Der hat eine Abweichung von knapp 0,9 Grad plus im Vergleich zum Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Vom CFS-Modell war eine Abweichung von 1 bis 2 Grad über diesem Klimamittel berechnet worden. Momentan liegen wir bei 0,9 Grad. Aber mit den Höchsttemperaturen in dieser aktuellen Woche dürfen wir in den Bereich 1 Grad und mehr Abweichung reinrutschen. Und wir sehen, auch dieser Winter ist wieder eher hier oben zu finden im Bereich der mildesten Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Wir schauen dazu auch mal weiter auf die Sturmentwicklungen dieser Woche. Vor allem die Nacht auf Mittwoch hat es in sich zum Teil hier im Norden und Nordwesten Böen um die 100 Kilometer pro Stunde. In den Gipfellagen beispielsweise vom Harz sind auch Orkanböen möglich um die 120 bis 140 Kilometer pro Stunde. Insgesamt ein sehr ruppiger und windiger Mittwoch in allen Landesteilen. Auch hier im Osten und im Süden zum Teil 80 bis 90 Kilometer pro Stunde. Was sagt die Ensemble-Vorsage für Norddeutschland insgesamt? Wir sehen es auch hier kaum noch Berechnungen im negativen Bereich. Erst hinten raus ab dem 5.6. Februar, aber das Mittel bleibt so bei 5, 6, 7 Grad. Immer wieder ist da Regen im Norden mit dabei. Auch im Westen recht ähnliche Wetterentwicklung. Sehr stabil im milden Sektor. Kaum noch Berechnungen hier unten im negativen Bereich. Meist um die 5 bis 8 Grad, anfangs bis zu 10, 11 Grad. Zeitweise ist da Regen mit dabei. Und wir blicken nach Ostdeutschland. Auch hier erstmal recht mild. 10, 11, 12 Grad. Danach etwas kühler, um die 5 bis 8 Grad. Auf diesem Niveau bleiben wir bis zum 6.7. Februar. Und dazu ist ab und zu auch mal Regen im Osten mit dabei. Und im Süden, naja, die gleiche Wetterentwicklung. Bis in den Februar hinein bleibt es bei Temperaturen so um die 5 bis 7 Grad im Mittel. Und erst hinten raus gibt es ein paar Berechnungen hinunter in den Frostbereich. Aber das Temperaturmittel bleibt bis zum 6. Februar im positiven Bereich. Und dazu fällt immer wieder Regen. Eine ähnliche Entwicklung auch in der Landesmitte. Auch hier tut sich relativ wenig sehr wahrscheinlich in den kommenden 10 bis 14 Tagen, was Winterwetter angeht. Es bleibt eher bei milden Temperaturen. Anfangs um die 5 bis 10 oder 11 Grad. Später um die 5 bis 7, 8 Grad. Und ab und zu ist da Regen mit dabei. Also ein neuer Wintereinbruch ist tendenziell momentan, muss man ganz klar sagen, in den Ensembles nicht zu erkennen. Und der Februar insgesamt, es bleibt dabei, der könnte sehr nass ausfallen. Also wieder viel Niederschlag. Das freut natürlich die Natur, wenn wir mit so viel Feuchtigkeit ins Frühjahr hineingehen. Also viel Regen wird da angekündigt vom CFS-Modell. Der Februar könnte deutlich nasser ausfallen als im Vergleich zum langjährigen Klimamittel. Aber der Winter ist noch nicht vorbei. Es kann natürlich sein, dass es irgendwann im Februar nochmal kalte Phasen gibt. Wir hatten ja auch in diesem Winter schon zwei kalte Phasen. Anfang Dezember ein paar Tage, jetzt im Januar ein paar Tage. Da mittendrin war es meist immer mild gewesen. Mal gucken, vielleicht kommt ja auch im Februar irgendwann nochmal zur Monatsmitte oder Ende Februar eine kalte Phase. Das müssen wir aber erstmal abwarten. Das war es vom Wetter. Tschüss, bis bald.